hallo liebe freunde von nah und fern und willkommen bei dem neuen bier video biertest video mit mir den alten bier süffler was haben wir heute auf dem tisch hier seht ihr schon ein ausflug nach bayern und auch zu einem zuschauerwunsch ja und zwar endlich mal ist es soweit getränke hoffmann sei dank haben wir nämlich jetzt hier das einger bräuweiß bier bräuweiße bekommen hier dieser euro flasche mit dieser doch recht schicken aufmachung muss ich sagen vom etikett her und ja privat brauerei seit 1878 5,1 prozent umdrehungen wasser gersten malzweizen malz hopfen und hefe ist drin kein hopfen extrakt und ich kenne noch nicht bin ich mal gespannt was da auf uns zukommen wird soll sehr lecker schmecken leute und ja ich hab schon wieder bier durch das merkt man glaube ich schon lange her freunde ja was kann man sagen es sieht irgendwie auf der einen seite sehr sehr schlicht aus aber auf der anderen seite hat aber auch das gewisse etwas also das ist schon mal das erste was ich so hier sagen kann zu dem etikett ich finde es eigentlich doch recht interessant passt aber gut was gegessen gerade weil wir sind ja noch mitten in der bayern woche hier also mal ordentliche brotzeit hier gehabt gerade eben deswegen musste ich gerade kurz mal aufstoßen so was haben wir denn da ja dann haben wir erst mal eine relativ interessant gestaltete kapsel die ist ja wirklich ja wie ein gemälde schon aufgebaut sieht sehr interessant aus das ist auch nicht so häufig finde ich gut hat auf jeden fall einen großen wiedererkennungswert mag ich gefällt mir so dann werden wir mal schauen entspannungsverdampfung ist drin da kommt sie raus und ich würde sagen lassen wir laufen wir haben durch sagt ja mal schauen wie es ausschaut wie gesagt ihr kennt es noch nicht ist premiere wenn ich natürlich dann auch gleich auf instagram und auf antippt natürlich auch gleich noch ein schönes bildchen mache und oder sieht aber so wieder sehr sehr lecker aus schaut mal leute wie dann wieder her hingezaubert habe man 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 das ist ja wieder wie gezeichnet hier was haben wir an da ist ein bier ergibt sich als bier zu erkennen nichts verrücktes nichts spezielles nichts außergewöhnliches hübsches weiß bier würde ich sagen wir schauen mal nach was haben wir denn da haben wir eine blume ich würde sagen zweieinhalb finger breit das ist ein guter standard bei einem weiß bier wissen wir mittlerweile ja schon eher ich sag jetzt schon feinporig bis mittelporig und der zerfall hält sich in grenzen ich sag mal so die blume wird garantiert 90 sekunden standard im glas bestehen da können wir kurz mal ein bisschen bewegen das bleibt auch ein bisschen an der glaswand haften das ist soweit schon okay kaum krater bildung paar luftbläschen sind drauf aber das ist soweit in ordnung so was haben wir denn da ja da kommt da natürlich schon der spiralen effekt oder lava lampen effekt von der hefe die sich langsam zum glasboden runter zwirbelt das sieht natürlich immer sehr sehr schön aus und von der farbe her haben wir richtig schönes tiefes gelb mit einem leichten orangeton noch mit drin das ganze ist wirklich richtig tief schön saftig naturbelassen so muss es sein karbonisierung steigt auf leichte perlung ja jetzt nicht so stark aber immerhin gleichmäßig zeugt also auch von der optik her von ein bisschen spritzigkeit ja und der blumenteppich hat keine risse keine löcher oder inseltchen wie schon gesagt 90 sekunden wird ja dann durchhalten ihr wollen das sieht absolut solide aus das sieht lecker aus das sieht saftig aus wenn der wird mir das so hinstellt sage ich doch los mal stehen da hab schon mal das nächste das sieht schon mal ganz gut aus gut blumen könnte noch ein bisschen stabiler im glas stehen und ein bisschen fluffiger ein bisschen feinbohriger sein aber das ist meckern auf hohem niveau dementsprechend möchte ich es auch bewerten auf jeden fall glanzklar fünf von fünf schrägstrich sechs möglichen punkten für die optik für die ästhetik das sieht einfach erfrischend aus von der farbe her ja also leute ja das ist so macht appetit so und dann wollen wir mal ein bisschen anschnuppern mal sehen was da in die nasenflügel aufsteigen tut so viel weißbier wie wir schon in letzter zeit hier getrunken haben hier ja wirklich ein weißbier nach dem anderen aber die riechen alle unterschiedlich interessant ja also hier ist wiederum der fruchtkörper ein bisschen betonter ja was man da so rausschnuppern kann die hefe ist nicht ganz so intensiv auch nicht so blumig aber auch nicht seifig das seifige hatten wir bisher nur zweimal übrigens gehabt bei einem weißbier ja und so eine leichte herbe schwingt da auch noch mit ja das war auch riecht lecker so und nun machen wir das was wir am liebsten machen mhm genau der antrunk so den machen wir jetzt mal zelebrieren wir den mal ein bisschen ihr lieben auf euch zum wohl auf das bier und auf den genuss ja meld erst mal ja gut ja also der erste eindruck erst mal mit ist tatsächlich ein sehr mildes weißbier da hatten wir schon kandidaten gehabt die wesentlich strenger die wesentlich würziger die wesentlich kräftiger daher kamen langer nachanhalt vom geschmack den merkt man das halt schon nach das ist so ein bisschen in die nussigkeit geht das mit rein was ich so auf den ersten eindruck so wahrnehmen tue das ist so ein bisschen so den malzkörper geschuldet auf jeden fall schöne lieblichkeit ist mit drin nicht ganz so saftig das verwundert mich jetzt ich habe jetzt eigentlich mit gerechnet dass das ein weißbier ist was ein bisschen saftiger daher kommt weil es auch so ausschaut ist aber weniger saftig als das turmbräu und auch das 50 das mal ganz klar sagen und auch weniger saftig als das schöffer hofer so viel schon mal am rande ja durchaus spritzig würde ich sagen also es hat einen sehr großen erfrischenden wirkungswert also wenn ich mir vorstelle dass im biergarten schon ein bisschen wärmere temperatur 30 32 grad schön draußen ja mit family oder mit bekannten sitzt man schön im biergarten da ist das schon sehr erfrischend aber auch sehr süffig glaube ich also das passt auch wieder typisches biergartenbier sage ich mal das ist schon so in diese richtung ja so viel erst mal zum anfang hätten beim antrunk das ist das was man so wahrnehmen tut würde ich sagen auf jeden fall interessant genug um noch einen weiteren schluck zu nehmen also alles andere als abstoßend er zum positiven hin so interessant lecker biologie ja mal ein bisschen rein tauchen ins glas jetzt meldet sich dann frucht körper leicht dezent im hintergrund aber deutlich wahrnehmbar das ist schon mal ganz gut gut ausbalanciert banane ganz klar so soll es auch sein das erwarte ich auch bei einem weißbier leicht überdeckt durch die hefe die hefe kommt auch zum vorschein aber nicht so extrem würde ich sagen hier das ein jahr das gehört jetzt nicht zu den klassischen hefebomben würde ich sagen ja eher so ein bisschen dezenter so leicht ummantelt leichter dünner film ausreichend um bisschen herbe aber auch säure die verbringt immer ein bisschen säure mit sich noch nach vorne zu dem zu bringen ja malz körper deutlich wahrnehmbar also ich sag mal davon lebt dass hier auch das bier glaube ich das ist ein ordentlicher malz körper drin die hatten schön lang an ich sagte schon lustig habe ich gesagt es ist so ein bisschen lustig so lieblich lustig eigentlich ganz lecker und erstaunlich herb für ein weißbier also der nachhall ist das was ich von diesem bier hier am meisten mag glaube ich war ich finde das ist sehr angenehm dass das gleitet so richtig schön wenn man es runter geschluckt hat dann verbindet sich so dieses bier mit der speichelneuproduktion das ist sehr angenehm finde ich den alkohol den merkst du gar nicht dass keine kante drin oder so also sehr sehr harmonisch abgestimmt finde ich gut ja solide gut freunde eihänger bräuweiße können wir zusammenfassen hätt ich wahrscheinlich nicht irgendwie so die leidenschaft biertester zu sein und auch die idee zu kommen irgendwie tausende von biere zu probieren dann würde ich jetzt sagen wow absolut geil aber da man natürlich dann schon doch so ein bisschen rumgekommen ist nicht nur in deutschland sondern auch ja europaweit und ja international und man auch diverse biere schon probiert hat die in diesen bierstüb hier reinfallen dann muss ich ganz vornehmlich sagen es hat mich jetzt nicht überzeugt dass ich sagen würde es ist ein hedonistischer hochgenuss also davon sind wir glaube ich noch ganz schön weit entfernt da habe ich aus bayern schon was getrunken was in diese kategorie fällt wo ich sagen so war das ist aber dann noch ein bisschen noch mehr noch lecker ja trotzdem ist es aber kein schlechtes bier nur ich ist jetzt die frage Was stört mich daran ich werde versuchen das zu erklären weil es auch wie gesagt sich gewünscht worden ist dass ich da ein bisschen ausführlich weil dafür ausführlicher mal drüber sprechen tue ich sage was mich hier dran stört an diesem bier ist dass es kaum spitzen auf zeigt also preis leistung ist ganz klar qualitativ hochwertiges bier da machen wir uns nichts vor da sind wir auf einem verdammt hohen niveau dann ist aber auch normal wie gesagt da ist der deutsche biermarkt ersetzt da schon verdammt hoch an selbst wenn wir dabei den discounter bieren gucken da finden wir sowas ja also da muss man ganz klar sagen ja doch das ist auf jeden fall von der qualität super das ist ein konzept bier das ist auch ganz klar da hat man sich gedanken gemacht und auch die nuancen die nach vorne treten die sind wirklich super die sind auch lecker weil mich stört ist persönlich also subjektiv ist dass keine spitze drin ist ich erwarte von dem bier einfach die gewisse ja die spitze im drinnen wo ich sagen so wow das trägt eine eigene handschrift das hat einen eigenen charakter das hat eine eigene seele das hat so einen großen wiedererkennungswert und das vermisse ich hier ein bisschen und wenn ich jetzt immer den schlechtesten den schlechtesten abgleich mache und wir gehen zu dem turmbräut wo ich immer wieder sagen öttinger brauerei das beste was die in ihrer gesamten palette drin haben das beste bier nicht nur bei mir da seht ihr ja auch bei der bewertung und bei den anderen biertestern da muss man sagen da ist ein bier was noch nicht mal 50 cent kostet was da ganz billig aus der dose daher kommt was ohne stil ist ohne alles und geschmacklich sind da spitzen drin und diese spitzen sind es die ich so besonders fände die vermisse ich hier ein bisschen allerdings was man hier auch bemerken tut in dieser kategorie und das ist das was ein bisschen ausgleich das ist halt so du hast mehr von diesem bier es ist einfach so dieser nachhalt der da ist das natürlich beim turmbräu nicht das ist klar hier hast du wirklich keinen film du hast nichts klebriges auf der zunge drauf du hast hier ein lupenreines absolut lupenreines grund auf solides bier und das hat einen schön lang nachgeschmack das ist wiederum das positive daran also ihr seht schon es gibt negatives aber auch positives zu sagen und so möchte ich es auch bewerten allerdings wie gesagt da ist noch mehr möglich aber mehr potenzial drin aus diesem grund gebe ich hier fähre vier von fünf schrägstrich sechs möglichen punkten das ist es mir wert ich glaube das ist gerechtfertigt diese bewertung oder schauen wir mal wir haben ja noch was auch aus dem hause da kommt ja noch ein bisschen was hier in dem sinn ich sage schön dank fürs zuschauen für das interesse und bis zum nächsten mal Ciao, euer Biersüffler wenn du verabschiedst du mal immer gewertest ob du lief mit dem hause ist bei dem hause bei dem hause hilft dir kein b cierges politisch aber da ist einfach gewertest du mal